Allgemein gesagt, gibt ein Algorithmus eine Vorgehensweise vor, um ein Problem zu lösen. Anhand dieses Lösungsplans werden Eingabedaten und Ausgabedaten in einzelnen Schritten umgewandelt. Nicht nur in der Mathematik und Informatik gibt es Algorithmen, denn sie werden auch im alltäglichen Leben von Menschen verwendet. Die Funktion von Algorithmen ist eine Problemlösung, die dann zustande kommt, wenn als Ergebnis immer der gleiche Zustand gewünscht ist. Beispiele für Algorithmen sind YouTube, Google, Ampeln, Küche und Navigationssysteme. Geschätzte 3 Milliarden mobile Endgeräte senden weltweit Aufenthaltsorte, Kontakte, Vorlieben und Neigungen an Server, von denen wir nichts wissen. Sie beliefert damit unter anderem Banken und Versicherungen mit unseren Daten.